Wortmagisches Ritual zum Zwecke der Seelenrückholung und Seelenkomplettierung für unseren schamanischen Erinnerungskurs an der SAS. Und als erstes sammelt ihr euch in eurem Hara, diesem Raum, der an der Schambein-Obergrenze beginnt und bis zum Bauchnabel reicht. In diesem Raum sammelt ihr euch, kommt ganz an und atmet ganz bewusst in diesem Raum. Kommt an in dem, was Bert Hellinger eine leere Mitte nennt. Seid gesammelt in einer leeren Mitte. Und mit jedem Atemzug wird diese leere Mitte voller, bekommt ihr mehr heiligen Sauerstoff in euren Leib, werdet ihr zentrierter, gesammelter, verwurzelter. Atmet in dieses Hara hinein, wie es in Japan heißt, ins Dantiem, ins Zenoberfeld, wie es in China heißt oder ins Powerhouse, wie es bei den Pilates-Leuten heißt. Egal, welche Tradition diesen Raum benennt, für alle Traditionen ist es das Zentrum unseres Leibes, die Heimat unserer Kraft. Und in allen Traditionen wird gelehrt, wer in diesem Raum gesammelt ist, ist im Vollbesitz seiner Mächtigkeit, seiner Kraft, ist unumstürzbar, kann von guter Richtung gucken. Und bei einigen Qigong-Schulen heißt es sogar, wer ganz und gar in diesem Raum gesammelt ist, wird unsterblich. Darum Zenoberfeld. Quecksilber macht unsterblich. Und wann immer ich schamanisch arbeite, sammle ich mich vorher in diesem Raum. Ich beginne auch jeden Tag mit 5 Minuten Stehübung, die wiederum auch der Sammlung in diesem Raum dient, Stehübung. Gibt es auch einen YouTube-Tipp drüber. Sprich, die Übung poste ich ja euch sowieso nach nächsten Pause. Da ist die Stehübung mit bei. Und dann legt eure Hände so, dass die Handflächen nach oben zeigen. Ein Satz meines Homöopathen, der loslässt, hat die Hände frei. Man darf die Hände nicht zu Fäusten ballen, weil geballte Hände kann Gott nicht füllen. Und eure Hände sollen jetzt gefüllt werden, darum entballt sie. Habt sie ganz entspannt irgendwo zu liegen, dass sie sich füllen können mit den Teilen eurer Seele, die ihr verloren habt und die ich mittels dieses Wort magischen Rituals jetzt zurückrufen werde. Seelenrückholung zu 100% für alle hier in diesem Raum Versammelten, zu 100% erfolgreich und unverleugnet, gezündet, vibriert, manifestiert, heilig. Dann, bildet euch ein, dass von überall her, aus allen Leben, die ihr jemals gelebt habt, alle verlustig gegangenen Seelenanteile herbeifliegen, bildet euch ein, sie haben das Aussehen von Tischtennisbällen aus reinem Licht und bildet euch ein, während ich das erste Lied singe, dass all diese Seelenanteile zurückkehren und sich in euren offenen Handflächen anlagern, vielleicht 3, 4, 5, vielleicht 60, vielleicht 600. Alles ist gut, alles ist richtig und ihr bildet euch ein, es wird genau so sein, wie es für eure Heilung vonnöten ist. Ja, und ich singe das erste Rückholungslied, mit dem ich alle Seelenanteile aus allen Wirklichkeiten zurückrufe und wenn ich dieses Lied singe, geht ihr in die Einbildung, dass all diese Seelenanteile zurückkommen, alle. Und sie lagern sich an in euren Handflächen. Ja, 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 oh, 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 oh Musik Oh, oh, oh , oh Und dann bildet euch ein, alle Seelenverluste, die ihr jemals erlitten habt, sind zurückgekehrt, haben sich angelagert an eurer Handflächen. Bildet es euch ein, alle. Ohne Ausnahme, ohne Wenn und Aber sind alle Seelenverluste zurückgekehrt, alle. Bildet euch das ein. Hey, hey, alle Seelenverluste, die ihr hier anwesenden, sind zurückgekehrt. Hey, hey, zu 100% zurückgekehrt und unverleugnet. Y, Y, korrigiere. Und beim nächsten Lied werden alle diese Seelenverluste zurückgeführt in die Primärseelen, die ihr hier anwesenden. Y, Y, korrigiere. Und bevor wir die Seelen zurückholen, werden all diese Seelen durch die Magie der in diesem Raum angehsenden Krafttiere und Geisthelfer geheilt. Alle Seelen, alle Seelenverluste sind zu 100% geheilt. Sind zu 100% geheilt. Sind zu 100% geheilt. Y, Y, korrigiere. Zu 100% unverleugnet. Y, Y, korrigiere. Und dann nehmt ihr eure Hände, die jetzt voll sind mit diesen Seelenverlusten, mit diesen heimgekehrten Seelenanteilen und legt sie auf euer Herbstchakra. Und beim nächsten Heillieb stellt ihr euch vor, alle die Seelenverluste, alle diese kleinen Seelenteilchen, die zurückgekehrt sind, fließen durch euer offenes Herbstchakra in euer System hinein. Und verbinden sich mit eurer Primärseele. Auch das hier wieder eine komplette, geheilte, wilde und magische Seele habt. Y, Y, korrigiere. Nehmt eure Hände, gefüllt mit den zurückgekommenen Seelenanteilen und legt sie auf euer Herbstchakra. Und bildet euch wieder ein, bildet euch ein, dass beim nächsten Lied all diese Seelenanteile heimkehren durch euer Herbstchakra. Und sich mit eurer Primärseele zu einer kompletten, heilen und unverwirrten und unverleugneten Seele verbinden. Bildet es euch ein mit Beginn meines Liedes. Gehirn 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 Oh, 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 oh... Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, 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 oh. Alle Seelenanteile sind heimgekehrt. Jeder der hier Anwesenden hat wieder eine komplette Geheilte und freie Seele. Öpselon, öpselon, korrigiere. Zu 100% gezündet, vibriert, manifestiert, heiligst ersehlt, öpselon, öpselon, korrigiere. Zu 100% unverleugnet, öpselon, öpselon, korrigiere. Die Seelenrückholung für diesen Kurs zu 100% erfolgreich und unverleugnet, öpselon, öpselon, korrigiere. Alle hier Anwesenden haben wieder eine komplette Seele, öpselon, öpselon, korrigiere. Eier 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 E Flüssig